Mensch, geh mal aus dem Bild! Yes, sir! Sniper 2L, hoffentlich gewinn ich, hoffentlich gewinn ich. Ja, ich hab gewonnen! Und zeig deinen jämmerlichen Wasserkopf. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier mit den Schlachtfädern in Leidenschaft. Wer hat sie vermisst? Ich muss sagen, ich hab sie jedenfalls sehr vermisst. Battlefield 5 und 1 sind eines meiner Lieblingsspiele sozusagen, sind mir echt ans Herz gewachsen. Hatte viele schöne Stunden in diesen Games und hab's in letzter Zeit sträflich vernachlässigt, hab aber noch einige gute, ja was heißt gute, einige Aufnahmen, die ich noch schneiden kann und muss und werde. Ja, es zieht uns heute nach Iwo Jima oder auf Iwo Jima und probiere ich mich wieder mal als Sniper. Wünsche euch viel Spaß damit. Lasst mir gerne ein Abo oder Like da, wenn's euch gefällt. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Sensor. Tschüssi. Herzlich willkommen zu den Feldern, auf den Feldern, Schlachtfeldern, Feldern und ja, und ich quatsch noch jetzt, Schatz. Herzlich willkommen auf den Schlachtfeldern, Leidenschaft. So, hier, will noch jemand mit? Ja, da, dann fahr ich jetzt ab hier. Und wir erobern die Insel im Sturm Iwo Jima. Wie es von den Einheimischen genannt wird. Ich nenne es einfach nur geile Insel. So, wir schleichen uns geschickt hinten ran, aufpassen, dass wir nicht über den Rand hinausfahren und wieder im Normana explodieren. Jungs, schießt, gebt alles. Wir brauchen Deckungsfeuer. Ui, 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 zurück, zurück. Ja, ja, ich hab's kapiert. Ich seh's doch selber da unten. So, und jetzt wird gesnipet wie ein Mann. Ui. Oh, schießt's. Ich schieße Löcher ins Boot. Da fährt aber auch wie so eine angestochene Sau. Raus. So. Oh, oh. Schnell, ich will doch bloß meine Geburtsstation irgendwo hinstellen. Jetzt muss ich mir erst mal wieder einschießen hier. Da ist einer. Das war nichts. Au. Das war auch nichts. Au. Au. Schon wieder ein Flugzeug, Alter. Ey, meine Geburtsstation. Warum durfte ich nicht meine Geburtsstation benutzen? Wieder dieses scheiß Boot. Ich kann dieses scheiß Boot schon langsam nicht mehr sehen. Was passiert eigentlich, wenn jetzt einer, wenn ich drunter langfahre und einer lässt das Boot von der Oben runter? Fährt es dann auf uns mit? Oder wird es uns unter Wasser drücken? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber egal. Wir haben jetzt eine Mission und zwar snipen, bis uns der Abzugsfinger blutet. oder zumindest ein extremer Wellengang hier. Oder zumindest eine Blase uns wächst am Finger. Ja, da gibt es aber keinerlei Schutz hier. Man landet an und es steht gleich direkt ohne Feuer. Wie blöd sind die Leute? Da suche ich mir doch eine andere Station oder Position, um anzugreifen. Da kommen Schüsse her. Da oben kommen auch Schüsse her. Überall Schüsse. Ich sehe ihn niemanden. Hm, da ist ein Köpfchen. Oh nein, er hat sich bewegt. Och, macht er sowas? Jappah! Juhu! Ein erster schöner Headshot. In den Head. Da oben, da oben. Schieß! Jetzt! Ach, nur ein Hitmarker, Hitmarker. Er hat sich verpisst. Er hat sich verpisst. Verpisst! Hm. Mein Junge. Du siehst gar nicht mehr so tau frisch aus, wie du da liegst. Ich konnte leider nichts für dich tun. Es ist aber auch Krieg hier, Leute. Da oben, die Flugzeuge. Überall raucht's und qualmt's. Schüsse fallen. Mördern! Wir schon mal. Yes! Ach! Da läuft er noch. Lad nach, lad nach. Ist da oben einer? Ja, das ist... Oh Mann! Bleib cool, Senseless. Bleib cool! Ich schieße vorbei. Ich schieße vorbei. Da liegt er! Ich schieße vorbei! Ich schieße vorbei! Echt, Marker. Warum? Er läuft weg! Deine Chance! Matze! Du schieße vorbei, Alter! Ach, da war die Auswahl wieder zu groß. Yes! Schöner Hedgehog. Schöner Heddy. Heddy! Eine Geburtsstation am Strand, die ich fand in meiner Hand. Und so kam ich just ans Land, wo ich mir den Arsch verbrannt. Wir müssen... Wir müssen... Nee, nee. Das ist kacke hier. Wir müssen uns vorarbeiten. Ich bin sozusagen ein Vorarbeiter. Ey! Da ist einer, der sieht uns. Schöne Deckung. Wir müssen aufpassen. Da hat uns gerade einer. Bisschen rein. Dicker, pass auf. Habe mich hier nicht platt. Platt. So, jetzt machen wir... Jetzt versuchen wir das mal von der... Von der anderen Seite. Alter! Jetzt... Die haben sich nämlich auf die linke Seite eingeschossen. Aber wir kommen jetzt... Duckt er sich in dem letzten Moment, Alter. Zeig dein Köpfchen, zeig dein Köpfchen. Mann! Das ist aber auch... Brauchen sie sich am plusen Millimeter bewegen. Und ich schieße vorbei, ja. Er schießt in meine Richtung. Er hat mich voll gesehen, Alter. Er hat mich voll gesehen. Jungs, nutzt die Kunst der Stunde. Knallt ihn ab, wenn er sich auf mich eingeschossen hat. Er ist abgelenkt. Er rennt. Nicht... Mensch, geh mir aus dem Bild! Tanzt er mir vor der Knarre rum, Alter. Da, ich hätte ihn nämlich gehabt, jetzt. Gleich rums das, Männer. Gleich rums das. Gut. Wir versuchen trotzdem nochmal. Mann. Hitmarker, Hitmarker. Knallt ihn ab. Knallt ihn ab, Senses. Mach ich halt. Yes. Yes. Wenigstens mal. Meine Rache. Das war meine Rache. Die war... Sicker süß. Mensch, es geht. Danke, schönes Mädchen. Hübsche Frau. Hier, meine Geburtsstation. Komm, ich... Mann, ich war doch auf seinem Kopf, Alter. Er läuft weg, Alter. Nein. Die knallen mich ab. Da startet einer. Einer der Teammates hat alle Viere von sich gestreckt. Das ist klar. Das kann doch wohl nicht sein. Die Rache. Ich schreibe Rache groß jetzt. Rache wird bei mir groß geschrieben. Ja. Ja. Yes. Yes, Sir. Zu Befehl, Sir. Sir. Ei, ei, Sir. Weil wir die Besten der Besten der Besten sind, Sir. Lecken Sie mich am Arsch, Sir. Die linke Seite... Alter. Junge, 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 habe ich es dem noch gegeben. Ha. Danke. Meine Beste, hast du aufgepasst. So wird es gemacht. Genau so und nicht anders. Das sage ich dir, Süße. Autogramme gibt es später. Ui, was für ein gewaltiger Schuss. Süße, hast du es gesehen? Die Frauen liegen mir wieder erbarmungslos zu Füßen. Was für ein geiler Heckenschützer. Und wie gut er auch noch aussieht. Ja, unglaublich aber wahr. Er kann nicht nur schießen mit dem Gewehr, nein. Warte, ich muss erst mal mit dem Arsch verbinden. Da saftet der mich immer voll. Was? Wie kann das nicht drin gewesen sein? Ich schieße von den Steinen, oder? Yes, Sir. Wuhu, wuhu, wuhu. Da geht's ab im Bunker. Gibt's kein Geflunker. Ich ziehe euch das Fell über die Ohren. Ihr werdet neu geboren. An einem Scheißbomb. Hoffentlich. Dass wir hier genug Zeit haben. Yes. Jetzt habe ich mich aber warm geschossen, Leute. Jetzt geht's hier. Jetzt geht hier die Post ab. Und zwar unser Marker. Oh nein. Zeig dich. Ja, 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 ja. Oh nein. Nein. Jetzt. Nein. Warum geht er weg? Warum geht er weg? Da ist er wieder. Da ist er wieder. Und ich ziehe ihm eins in den Schädel. Yes. Komm, zeig dich. Jungs, was ist hier los? Ist hier jemand? Da, ja, da läuft jemand. Äh. Was ist das? Wo kommt das her? Bumm! Ja, mach doch. Schrei mich doch nicht so an, Alter. Das interessiert doch keine Sau, ob du nachladen willst. Blöde Kuh. Schrei die mich an, du. Meine armen Trommelfäller. So, Geburtsstation platzieren. Wo? Hier. Komm. Sehr schön. Okay, die Jungs sind schon vorn. A wurde schon erobert. Wir müssen jetzt, ich muss jetzt bei B rasieren, damit die Leute B einnehmen können. Da ist er wieder, einer. Streckt sein, streckt und reckt sein Schildkrötenköpfchen über die Mauer des Bunkers. Nee, das ist Kacke hier. Irgendwie Kacke. Da wird geschossen. Ich sehe nichts. Da ist einer. Wir müssen vor, Leute. Wir müssen vor. Da hinten, Sniper. Mist. Sniper 2L. Hoffentlich gewinne ich. Hoffentlich gewinne ich. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja, da ist noch einer. Was? Wie war der nicht drauf, Alter? Was ist das? Das ist irgendein Ding. Da ist er wieder. Da läuft er wie ein Hase und tot. Tot. Yes. Ihr wird nicht gerettet. Ja, jetzt haben sie Staub gemacht. Oh, da ist ein Panzer da oben. Ui, 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 ui. Sieht er uns? Ui, da fliegen sie um. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Deckung. Wir müssen uns Deckung suchen. Wir verlieren Ziel, Anton. Shit. Hitmarker 96, Alter. Komm, Alter. Zeig dich nochmal. Zeig dich nochmal. Komm, schnell. Köpfchen raus. Du willst doch bestimmt schießen. Ich weiß es doch. Du willst auf mich schießen. Nun gib es doch endlich zu. Und zeig deinen jammerlichen Wasserkopf. Yes, Sir. Ja, ha, ha. Da war er wieder weg, du. Oh. Ja. Ein Sniper. Sniper. Oh. Ja, ich kann gerade nicht. Hab zu tun. Ihr bahnt sich ein Duell an. Oh, der Hund hat sich im Staub versteckt. Er will retten. Er will retten. Und ich schieße vorbei. Nein. Yes. Du darfst ihn wiederholen. Du darfst ihn wiederholen. Yes, Sir. Ha, ha. Zwei zum Preis für einen. Das lasse ich mir gefallen. Da bin ich dabei. Ach, Mann. Mehr Zeit lassen. Bisschen Geduld, Mats. Senseless. Altes Haus. Äh. Wir bürschen uns ran am besten. Ist da, Ayo? Shit. Den habe ich aber wirklich schlecht gesehen irgendwie. So. Lass das dir eine Lehre sein, aus deinem scheiß Bunker auf uns zu schießen. Spinnst wohl, was? Da ist wieder einer im Bunker. Äh, macht Stau. Ui, da stehen sie rum. Hitmarker, verdammt. Und dann ist er natürlich weg. Das ist so zum Kotzen. Irgendwas trifft mich. Hat sich auf mich eingeschossen. Yes. Yes. No. A Klaas Klaas. Klar wie Klosbrühe. Ui, 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 ui. Oh, zwei, zwei Sälen noch. Flächendeckendes Bombardement. Wir haben B gleich. Da ist noch einer. B ist gleich eingenommen. Und? Wir verlieren Anton. Ja, der ist weg. Aber Anton ist doch noch in unserer Hand, Alter. Wie kann es dann also nicht weitergehen? Scheiße. Scheiße. Schade, schade, schade. So ein schönes Spiel. Aber schwere Niederlage. 25 Kills. Stell dir das vor. Da wären noch... Boah. Da wären noch einige Sektoren zu erobern gewesen. Und wenn ich weiter so... Oh, das wäre mein... So ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.